Was ist mit Doku-Globe? Mit Doku-Globe ist einfach alles besser. Einfach können Sie die Dokumente verwalten, einfach einsetzbar. Alles in einem System heißt alle Dokumente und auch Zulieferinformationen oder Grafiken. Und besser kann man mit Word nicht arbeiten und einfacher kann man es auch nicht machen. Weiterhin sind die Besonderheiten, dass man mit Doku-Globe sowohl kleine einheitliche Dokumente erstellen kann, mehrfach publizieren kann in unterschiedliche Formen und auch komplexe Projektdokumentationen, die über viele Tausende von Seiten verwaltbar sind, können auch mit Doku-Globe erstellt werden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.